Moin Leute, was geht ab und willkommen zu wieder einem neuen Video auf meinem Kanal, liebes Gleitschirmfliegen. Ja, ich hatte ja erst gestern ein neues Video rausgebracht. Ja, an meinem Kanal-Trailer hatte ich auch gesagt, 1-2 Videos in der Woche. Morgen kommt wahrscheinlich sogar noch ein drittes Video an der Bayer-Gruppe, auch in der Rhön. Ja, wenn euch diese Art von Videos gefällt, wenn euch das Gleitschirmfliegen gefällt, wenn ihr diese Videos gerne guckt, könnt ihr jetzt schon kostenlos ein Abo dalassen. Oben rechts in der Infokarte, oder da, keine Ahnung, seht ihr jetzt noch das letzte Video. Wenn ihr euch das noch nicht angeguckt habt, könnt ihr das jetzt gerne machen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video am Nordhang auf der Wasserkuppe. Und, let's go! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, an dieser Stelle hat dann der Wind schon ganz schön, ist sehr aufgefrisch. Das sieht man auch am Ende bei meinem Schirm. Ja, dann hatten wir uns gedacht, wir gehen ein bisschen hinter den Hang, an so einen kleineren Hang. Und probieren dann, am Ende sieht man ja noch diese kleinen Baumspitzen da. Und probieren da ein bisschen zu sorgen oder ein paar Kreise zu machen und wie das ausgeht, sieht ihr jetzt nicht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.